um ich mach dich alle ja hier unten wird uns erklärt in dieser Leiste der Schimmel sind ein Retter und wir haben eine EP-Bonus ja ich hoffe so episch Uaah Uaah ich bin euer Boss Uaah verreckt verreckt ich mach euch alle und finde ich was beim Clip Uaah Halt nicht Juno dann ist es wie ich befürchtete warum geschieht das mir der beschleunigte Clue Prozess ist noch fehlerhaft deine Vorgänger wurden innerhalb von Monaten wahnsinnig ich glaubte du wärst der erste Erfolg doch hier steht dasselbe Schicksal bevor was werdet ihr mit mir tun ach du scheiße an Roboter ja einfach mal die Wand aufgerichtet aber schon geflüchtet die B da guckst du blöd ne Dora blick guckte darf ja wir sind wohl am ausbrechen wie wir hier sehen und was geht LZB Ui jetzt wird uns hier springen erklärt johu 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 ich hab's doch drauf verreckte Orgid sterben ihr scheiß Druiden oder Klonkrieger ja ich mache ich hier mit einem Schlag fertig was seid ihr ja haltet die Fressen ja man was willst du paus mal du auch haupt ah leid ich kann euch ganz sagen wie wir es jetzt plane vermisst haben was du lebst noch hallo die können auch gar nichts mehr machen na komm schieß dann eben nicht Bartsch in die gefisst freche in deine Frise guck mal ich kann kann je johu ich 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 oh egal die haben sich alle versammelt oh wie cool sie sich alle hier versammelt haben aber ihr habt aber euch schön versammelt ne ja ist hier noch irgendwas warm oh halt deine Fresse mit deinem scheiß Alarm du gehst mir auf die Nerven was was sag mal was beschimpft ihr mich alle hier ich bin noch nicht euer objekt das merke ich mir auch hollocon ja sammeln hollocon und erfahrungspunkte zu verdienen und konzentrierte ich kann nicht lesen aber ich weiß ja was das heißt die meine friends ich kann euch mal da schlug du schweizerschlug du schweizerschlug du schweizerschlug schließt in der jetzt nicht mehr so so der ist verreckt wohl längst jetzt da längst so hoch sich nicht groß aus Ui Ui hier ich kann fliegen oder nicht obwohl da ist was ich komme drunter Lala aber ich noch gut ein Polo Kronen er auch Ausbruch Ausbruch tödliche Blabla Blabla 1 Adios oh das hat mir getan tschüss und du hast es vier geteilt la 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 ich bin ein Padawan obwohl ich so coole Moves drauf hab jetzt hat ja kein Padawan drauf ne wie geht's euch so jetzt schnetzle ich hier mal ein bisschen rum jetzt schnetzle ich euch mal alle ab Alter ich bin doch schon längst weiter als ihr du sagst schon und ich springe dich gerade um da gibt es so keinen Sinn was bist du klein ist ich krieg dich 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 ich bleib stehen ah hab ich dich boom tschüss boom du hast explodiert hier ich kann da durch und darüber wie es aussieht okay 1 2 ah das ist anpassen cool habe ich schon aus macht kräfte ich hab oder kann ich noch gesperrt ja kaum machen macht kreft macht kreft kommen nicht schwörter okay gehen wir mal nö ich tue dich gleich zerstören weil ich weiß was doch das ist einer dieser fiesen Bomben ach halte die fressen was willst du was willst du und er geht uns aus verdammt ah was ist das das mache ich alles später hier kann ich die kamera wechseln wo schicke Sache Geronimo was ist hier noch schön dass ein hologram das durch mir hier ich springe solokon oder nicht aber jetzt ach Gott Halle frisst gibt doch ich bin schon viel weiter als wir da habe ich oft verkackt je was hast du mich genannt ich bin Starkiller ich bin doch ey du Heini ich bin ja